Ähm, ähm, das sieht nach einem Drohnen-Pot aus, hab ich grad abgelesen, höhö. Okay, mir wird gesagt, ich kann Drohnen aktivieren, mach ich mal. Zum Aktivieren des Drohnen-Pots wird ein Drohnen-Kontrollgerät benötigt. Ja, okay, hab ich nicht. So, ein Pech aber auch, ähm, machen wir mal weiter hier. Das Ding sieht unheimlich aus. Und überhaupt nicht gefährlich. Das ist doch kein Alien-Chef, apropos Alien, da hinten lungert einer rum. Okay, hier kommen wir nicht rein, das ist ein Teleporter, der ist deaktiviert anscheinend. Also, auf jeden Fall kommen wir nicht hin, deswegen wird er deaktiviert sein. Ähm, wow, dich hab ich gar nicht gesehen. Gott, was hat mich denn da so schnell abgeknallt? Verdammt, wo kommst du denn her? Dich hab ich auch nicht gesehen. Okay, was hast du dabei? Nur Müll lassen wir liegen. Da ist auch ein Teleporter drin. Da ist auch ein Teleporter drin. Ähm, bei dir ist jetzt nichts mehr drin, du bist tot. So, die Flinte ist noch in relativ gutem Zustand, das ist schön. Ähm, da ist ein Oioioi, ähm, mit Schild. Ich hasse Oioiois mit Schild. Bom, bom, bom. Oh, den jagen wir. Obwohl, hier ist noch einer, der ist wichtiger. Bombs. Okay, sein Kopf ist irgendwo durch die Gegend gesplasht. Alien Atomisator. Äh, mag das eine der Uniquil-Waffen sein? Waffen? Alien Atomisator. Ne, ne, ne. Wenn das eine Uniquil-Waffe wäre, dann wäre der aber ganz schön unselten. Du versteckst dich da hinten. Pass auf, das machen wir folgendermaßen. Black Hawk. Ähm, bum, 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 das ganze Magazin. Okay, wir müssen jetzt ein Explozitharz nehmen. Ach, Quatsch, äh, adaptiertes Biogel. Angepasstes Biogel. Haben wir uns mal wieder exzellent geheilt. Und hör auf, mich zu treffen, das ist nicht schön. Wenn ich dich treffe, ist das was anderes. Ach, ich hasse die Fallout-Zielsteuerung. Die ist so unsensibel. Die ist mehr grob als alles andere. Bam, badam, badam, badam. Ach. Schöne Entdeckung hier. Stirb, stirb. Komm schon, bleib stehen. So, wir wollen mal gucken, was er so dabei hat. Kommen wir hier runter? Ja, perfekt. Ich denke mal, da kommen wir auch runter, aber das wäre unschön. Ah, was hast du dabei? Müll. Nehmen wir trotzdem mit. Jeder Müll kann man nützlich sein. Hier sind ganz viele Sachen drin, aber... Was war da? Tinten, Fisch, Nahrung und so ein Kack. Können wir nicht gebrauchen. Von daher weiter. So. Gehen wir wieder die Treppe rauf. Da war eine Zweitür, glaube ich. Hier ist ein Drone-Pot. Ähm, Alien-Kristalle. Bla, bla, blub. Mal sehen, was hier ist. Hier ist ein Schalter, das sehe ich. Steuerung. Ist doch schön. Ähm, ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht ungut aus für uns. Schraubenschlüssel, denke ich mal. So, was haben wir auf der Seite? Nada. Können wir die Dinger nicht zertrümmern? Nein, können wir nicht. Okay, hier wird irgendwo ein Gegner wieder sein, denke ich mal. Ne, Drone-Potz nur. Bum, ba-dum, bum, bum. Ähm, der ist tot. Kein Gegner mehr, aber zwei so Heilteile, das ist schön. Äh, modifizieren. Gibt viel Erfahrung und viel Energie. So, hier lang kommen wir wieder ab, damit das andere aufgeladen bleibt. Ich denke mal, damit können wir die Drohnen, die Hilfsdrohnen, die hier verteilt sind, aktivieren. Maststeuer, ne, die Masten. Bam, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Ähm, ich hab keine Ahnung, was wir damit bezwecken sollen. Ähm. Ich weiß es nicht. Bam, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Ich probier einfach mal wild rum. Vielleicht muss ich irgendeine Kombination machen und ich mach mal das Licht aus. So. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Bums, di-dums, bums, bums. Was ist denn das? Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ah, ich weiß nicht, was das ist, Leute. Bum, 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 bum. Maststeuerung. Hier wird doch irgendwo eine Beschreibung sein. Was hast du denn dabei? Nix. Hm. Hier ist ein Knopf. Nein, doch nicht. Knopf, 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 Knopf. Ha, äh. Hier ist auch ein Knopf. Da ein Knopf. Nein, Quatsch, Strompotz. Hier muss doch irgendwas gemacht werden, oder? Bum, bum, bum. Ach, lass mich doch in Ruhe. Blöde Schiff. Okay, wo geht's hier lang? Sprung. Bums. Ich denke mal, hier kommen wir raus und können die... Die Tür war offen. Was ist das hier? Alien-Kristall. Blub, blub, blub. Ich frage mich, was wir damit machen können. Die Tür war echt offen. Das stimmt doch niemals. So, was haben wir hier? Wormnahrung. Riesige Wormnahrung übrigens. Das ist schon ekelhaft, das Ding anzugucken. Keine Knöpfe. Hm, 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 hm. Kann doch nicht sein, dass ich hier umsonst bin. Unser Zeiger sagt, wir müssen in diese Richtung, also werden wir in diese Richtung weiter vorrücken. Hm, hier war nichts. Ähm. Erstmal wieder hoch zum Kontrollraum. So, hier wird doch irgendwas sein, oder? Da, hab ich's doch gewusst. Steuerung. Okay, wir haben irgendwas ausgelöst, was nicht gut ist, denke ich. Ähm. Wollen wir mal hier gucken. Also so schlimm scheint mir das, was ich gemacht hab, bis jetzt gar nichts zu sein, weil hier tut sich nichts. Da hinten sind keine Gegner. Da auch nicht. Ich probiere nochmal rumzudrücken. Ah, da war ein Gegner. Habt ihr gesehen? Wir haben ihn geplättet. Bums. Ey, das ist ja genial. Jetzt ist es wirklich. Da, 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 da. Ähm. Noch mehr? Da, 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 da. Dann kommt schon der Nächste. Bombs, Bombs, Bombs. Ich bin der Maestro und du lässt mich in Ruhe, du Sau. Ach, verdammt. Ich verpasse alle. Alle Knöpfe man eben drücken. Ah. Bum, 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 bum. Ähm. Stirb. Okay. Ähm. Du stirbst auch? Ach, der hat ein Schild. Das können wir vergessen. Okay. Irgendjemand von denen hat eine extrem gute Waffe. Oh Gott. Pass auf. Ich kann mich ducken. Das kannst du nicht. So. Gehen wir mal die Maßsteuerung lang. Der hat die Waffe. Jetzt nicht mehr. So. Aber hier kommen immer noch Schüsse durch. Das ist der mit dem Schutzschild. Ne, das hat so keinen Sinn. Ich gehe mal in den Nahkampf. Angepasstes Biogel. Stimpeak hinterher. Waffen. Furchterregende Flinte. Und Leute, jetzt gibt's Rache. Runterher. Bums. Ah, vielleicht können wir uns die Waffe abstauben, Niederlag. Wow, komm her du. Sauerkopf. Oh, der hat ein verdammt gutes Schild, um ehrlich zu sein. Ähm. Komm, verreckt schon. Magazin ist gleich leer. So, perfekt. Obwohl zwölf Schuss sind eigentlich nicht perfekt. Okay, der ist auch hinüber. Machi Pampi. Ähm. Mitnehmen, mitnehmen. So, der hat auch ein Schutzschild, verdammt. Ach, ich stirb schon. Wieso haben die alle Schutzschilde? Ne. Ich hau wieder ab nach oben an meine Steuerung. Das erschien mir als praktischer. Hab ich schon... Ne, ich hab keine Minen mitgenommen, oder? Ne. Ich hab Plasmagranaten. Die könnte ich gegen die Gegner werfen. Oh mein Gott, das Telefon klingelt. Kurze Pause. Verdammtes Telefon. Naja, weiter. Ähm, schnell zur Steuerung. Vielleicht treffe ich noch ein paar. Kann doch auch sein, dass mir schon alle gefolgt sind. Die sind mir alle gefolgt. Mein Gott, verschwinde. Okay, komm um die Ecke, damit ich dich wegblasen kann. Bams. Noch einer? Komm her, du. Nein, 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 nein. Oh, oh, noch mal. Ich war grad drin. Verdammt, Hilfe, angepasstes Bio-Gel mal zwei. Wow. Wieso schießt er nicht, wenn ich schießen drücke? Verdammt, das wäre beim ersten Mal schon Kopfschuss gewesen. Da, 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 da. Alien des Integrator. Boom, 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 boom. Ah, verdammt, Knopf drücken. Knopf drücken. Komm doch hier in die Richtung, verdammt. Ah, da hinten ist noch einer. Okay, der ist tot, den haben wir da runter gescheppert. Bäh. Und da oben war auch irgendwas am scheppern. Verdammt, wo kommt das her? Komm schon, ich bleib stehen, das macht mir Schaden, obwohl sie sind ziemlich weit weg. Näher ran und Kamikaze. Ähm, Hilfe, angepasstes Bio-Gel. Hier ist nix. So, Tintenfisch-Nahrung. Ja, wir können auch mal ein bisschen die Nahrung verbrauchen. Sonstiges. Ich hasse ja normal Nahrung und so nehmen, aber... Ach so, jetzt. Tintenfisch-Nahrung plus 5 TP. Ach, geht doch. Normalerweise müsste er kotzen, so viel wie er jetzt gegessen hat. So. Ähm, dich, dich... Ähm, von hinten kommen sie jetzt. Der Raum ist offen, das ist gut. So. Ich stirb. So, den hab ich weggefetzt, aber richtig. Komm schon. Nehmen wir alles mit. Kann ich die Tür irgendwie zumachen? Ja. Ja. Okay, ich hab meine Ruhe. Alien-Desintegrator. Energiemodul des Aliens. Blablabla. Da waren ganz viele Kristalle. Ich denk mal, das sind wie Kronkorken. Nur mehr wert. Ähm... Wie.